Musik Peppa Pig Peppa Pig Peppa Pig Such dir einen Platz. Hier gibt es viele lustige Spiele. Hier gibt es viele lustige Spiele. Memory Peppa und Schorsch spielen sehr gern Memory. Wenn du alle Paare findest, gewinnst du einen Aufkleber. Berühre die Karten, um ein Paar zusammenzulegen. Frau Ente Teddy Linus Löffel Zoe Zebra Linus Löffel Das ist hervorragend! Teddy Pedro Pony Herr Dinosaurier Frau Ente Teddy Toll! Zoe Zebra Ja, genau! Herr Dinosaurier Super! Frau Ente Genau so! Pedro Pony Ja, genau! Gut gemacht! Du hast einen Aufkleber gewonnen. Gut gemacht! Du hast alle Paare gefunden. Hehehehe Hier gibt es viele lustige Spiele. Punkte verbinden Peppa und Schorsch spielen sehr gern Punkte verbinden. Du gewinnst für jedes fertige Bild einen Aufkleber. Berühre die funkelnden Sterne mit dem Finger, um das Bild fertig zu malen. Gut gemacht! Du hast einen Aufkleber gewonnen. Bist du sicher? Hier gibt es viele lustige Spiele. Peppa und Schorsch spielen sehr gern mit Polly Papagei. Wenn Polly zehn Quatschsätze sagt, bekommst du einen Aufkleber. Drücke auf die Quadrate, um einen Quatschsatz zusammenzubauen und hake dann das Kästchen ab. Polly Luzi Locke ist ein albernes Hühnchen. Luzi Locke ist ein albernes Hühnchen! Hehehehe Peppa ist ein lustiger Frosch! Peppa ist ein lustiger Frosch! Hehehehe Mama ist eine blaue Banane! Mama ist eine blaue Banane! Schorsch ist ein großer Affe! Schorsch ist ein großer Affe! Hehehehe Klausi Kleff ist ein gelber Kürbis! Klausi Kleff ist ein gelber Kürbis! Hehehehe Papa ist ein albernes Jojo! Papa ist ein albernes Jojo! Hehehehe Luisa Löffel ist ein fröhliches Hühnchen! Luisa Löffel ist ein fröhliches Hühnchen! Hehehehe Pedro Pony ist ein lustiger Frosch! Pedro Pony ist ein lustiger Frosch! Hehehehe Weiter suche! Du hast beinahe einen Aufkleber gewonnen! Klausi Kleff Peppa ist ein großes Auto! Luzi Locke ist ein großes Auto! Hehehehe Peppa ist ein grüner Affe! Peppa ist ein grüner Affe! Hehehehe Gut gemacht! Du hast einen Aufkleber gewonnen! Pony ist revertragbar! Pony ist ein kürbis Was für ein tolles Bild! Was für ein tolles Bild! Bist du sicher? Peppa und Schorsch füttern sehr gern Polly Papagei. Immer wenn du Polly 20 richtige Cracker gegeben hast, gewinnst du einen Aufkleber. Polly möchte zwei gelbe Cracker. Polly will mehr! Polly möchte zwei gelbe Cracker. Polly will mehr! Polly möchte zwei gelbe Cracker. Polly will mehr! Polly möchte vier rote Cracker. Polly will mehr! Polly will mehr! Polly möchte einen rote Cracker. Polly will mehr! Polly möchte einen gelbe Cracker. Polly will mehr! Polly möchte drei rote Cracker. Polly will mehr! Polly möchte zwei gelbe Cracker. Polly will mehr! Polly möchte zwei gelbe Cracker. Weiter so. Du hast beinahe einen Aufkleber gewonnen. Polly will mehr! Polly möchte einen gelben Cracker. Gut gemacht. Du hast einen Aufkleber gewonnen. Polly will mehr! Polly möchte... Bist du sicher? Bis zum nächsten Mal.